Häuslbauer Messe 2013 in Innsbruck in der Olympia World. Ich bin hier beim Stand von Sandersbau mit dem Herrn Sanders benannt und ich werde ihn fragen, was ihn unterscheidet zum Beispiel zu seinen Mitbewerbern? Ja, wir errichten eigentlich von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe Einfamilienhäuser und kleinere Wohnanlagen. Das System sind meistens ziegelmassiv oder komplett betoniert und unser Vorteil ist, dass wir das auf eigenes Risiko tun. Das heißt, der Kunde macht mit uns einen Vertrag über eine Pauschalsumme und genau dieses Budget wird auch eingehalten. Das ist eigentlich in unserer Branche einzigartig. Und wie groß ist die Größenordnung? Wie kann man sich das vorstellen? Vom großen Einfamilienhaus bis hin zur großen Einkaufsstraße? Es geht eigentlich los bei Aufstockungen oder thermischen Sanierungen und endet dann über Einfamilienhäuser bis hin zu kleinen Wohnanlagen. Jetzt ist in aller Munde zum Beispiel die thermische Sanierung ja auch ein großes Thema, umweltbewusst und so weiter. Wie schaut es bei Ihnen aus? Sind Sie da sozusagen auch Vorreiter in der Form? Wir haben schon Experten im Haus, die entsprechend zertifiziert sind über Thermografien bis hin Blower-Door-Tests und dann auch gemeinsam komplette Konzepte zu erarbeiten mit Budgetgarantie, dass das entsprechend umgesetzt werden kann. Vielen Dank noch und viel Erfolg!